Es gibt sie, diese Friede-Freude-Eierkuchen-Erfolgsgeschichten der gelungenen Integration in Bundland. Die Geschichte von Rehm-Sabi ist so eine. 2010 als sogenannte Staatenlose, in Wahrheit war sie Palästinenserin oder Libanesin, in ein Land, wo Milch und Honig nur so strömen, aber vor allem Sozialleistungen locken, unter der Kanzlerschaft Merkel selbstverständlich gekommen, rührt sie die Sture und Stoische »Wir schaffen das, Altkanzlerin!« mit dem Enkelinnen-Trick mitten vor laufender Kamera. Von da an hieß es nur mehr »Merkels Flüchtlingsmädchen Rehm«. Und mit kullernden Rehaugen, aus denen die Tränen spritzten, rührte sie Millionen von TV-Zusehern, die Medien, die Eliten, die toleranzbesoffenen guten Menschen angesichts des schrecklichen Leids, dass sie Angst habe, abgeschoben zu werden. Der deutsche Rechtsstaat versagte, denn die illegal Eingereiste wurde geduldet. Das war ihr Aufenthaltsstatus. Sie wurde nie abgeschoben, obwohl kein Asylgrund vorlag. Aber was will man sich von Deutschlands Bürokratie auch erwarten? Die im vorausseilenden Gehorsam die Rechtsbeugung das Illegale zum Grundprinzip des neuen Deutschen, des bunten, des anarchistischen Rechtsstaates machte. Eines Rechtsstaates, der nicht nach Recht und Ordnung, sondern nur mehr nach Gefühlen und den Wünschen einer amtsmissbrauchenden Politik vorgegangen ist. 2022 bekam Rehm die Staatsbürgerschaft. Den Vorteil, den Deutschland daraus hat, kann bis heute niemand erklären. Doch es war die herzrührende Geschichte des jungen Mädchens, das mutig aus dem Libanon auszog, um in Deutschland die Zumörterungsfolklore mit ihren Sprechbeiträgen in unzähligen TV-Studios zu bereichern. Und nun 2023, ausgestattet mit der Staatsbürgerschaft, zeigt sie sich eben dankbar für die Gastfreundschaft Deutschlands, indem sie die deutschen Werte mit Füßen tritt, statt sie zu respektieren. Eine kleine Antisemitit ist sie geworden. Geworden? Wahrscheinlich war sie es immer. Wahrscheinlich ist sie so sozialisiert, so erzogen worden. Wahrscheinlich hatte sie den Antisemitismus im Rucksack. Nun skandiert sie Free Palestine from the river to the sea und macht somit deutlich, dass Israel kein Existenzrecht besitzt. Das jüdische Volk ausgemerzt werden soll. Eine typisch deutsche Integrationsgeschichte. Wenn man eben alle die bekommt, die zwar selbst nur wollen, aber wir nicht brauchen. Oma Angela kann stolz auf das Mädchen sein. Bravo, gut gemacht, Mutti. Oh Gott. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Ich weiß nicht, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Ja? Ja?